Jetzt muss ich noch ein Video machen von Wien. Heute hat es den ganzen Tag geschneit. So, das ist das Fenster vom Schlafzimmer. Liegen eins von den Autos, da unten ist meines. Kenne ich gar nicht jetzt. Naja, ich werde es schon finden. Die Strasse-Lampen ist kaputt. Ja, bevor ich ja friere, mache ich jetzt schon wieder. Das war's. Das war's. Das war's.